Also ich fühle mich am wohlsten in meiner Werkstatt, weil ich da genau weiß, wo alles liegt. Mein Lieblingsplatz im Gebäude ist eigentlich prinzipiell überall dort, wo es eine Kaffeemaschine gibt. Man kann hier nette Kollegen treffen, sich gut unterhalten und der Kaffee bei Wilbitt schmeckt besonders lecker. Mein Lieblingsplatz ist eindeutig im Lager oder vorne bei Olli und Ecki. Da haben wir eigentlich am meisten Spaß. Wir sehen uns, dass wir es ja noch was, die Welt gibt, um auch eine große Erreignisse zu beenden. Die Welt gibt es in der Kaffee von Wien. Ich bin der Kaffee von Wiener 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 und was er mit der Kaffee von Wiener Wiener Er ist schon ein Teil des Kaffee von Wiener Wiener Wiener. Ich bin der Kaffee von Wiener Wiener Wiener,